Der deutsche Hersteller Trittbrett ist bekannt für die kreativen Namen seiner Fahrzeuge. Die leichten Emma und Kalle für die letzte Meile, der Kraftprotz Paul für längere Touren und zuletzt der gefederte Alleskönner Fritz für entspanntes Fahren auch auf schlechten Straßen. Und mit der Hilde, da bringt der Hersteller jetzt eine komplette Eigenentwicklung auf den Markt, die brachialer daherkommt, als es dieser liebliche Name vielleicht vermuten lässt. Mit einstellbaren Gasdruckdämpfern vorn und hinten, 11 Zoll Stollenbereifung und einem Hinterradantrieb von Bosch will das Schwergewicht Hilde ab sofort auch das Gelände unsicher machen. In diesem Unboxing, da lernen wir die Hilde gemeinsam kennen, checken den Lieferumfang, erledigen den Aufbau, werfen einen Blick auf Design und Verarbeitung, sämtliche Features und zum Schluss wie immer ein kurzes knackiges Fazit zur wilden Hilde von Trittbrett Original. Kommt mit! Und damit heiße ich euch wie immer ganz herzlich willkommen hier bei Hentek. Ich bin Henne und wenn ihr wie ich auf smarte E-Mobilität steht, ihr wisst, lasst jetzt ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann werdet ihr automatisch bei neuen Videos benachrichtigt. Unser Unboxing, das beginnen wir wie immer mit einem kurzen Blick auf den Karton und so ein fettes Exemplar, das hatten wir bisher tatsächlich noch nicht in der Bude. Und mit rund 38 Kilo haben selbst hier die verstärkten Handgriffe diesem Gewicht nicht standgehalten. Und auf dem Karton, da begrüßt uns dann die kleine Schwester von Hilde. Nein, vielleicht ist das auch eine Trittbrett-Mitarbeiterin, das ist ja dort so ein bisschen Tradition. Und die stellt uns jetzt die wichtigsten Fakten zum Fahrzeug schon auf der Verpackung vor. Da wäre zum einen der NFC-Diebstahlschutz, 75 Kilometer Reichweite, Blinker und Fernlicht, der bereits von Paul bekannte Bosch-Motor, Gasdruckstoßdämpfer vorn und auch hinten, Wirt-Schrauben und ein Wechselakku und je nach Modell mit Schnellladefunktion. Puh, das ist eine ganze Menge und jetzt weiß ich auch, warum die Hilde so schwer ist. Auf der Seite findet ihr da nochmal sämtliche technische Daten. Wer mag, kann das Video jetzt kurz pausieren. Die Verpackung wollen wir jetzt erstmal loswerden, starten das Unboxing. Und das geht hier zum Glück relativ einfach, denn Trittbrett setzt sinnvollerweise beim so schweren Fahrzeug hier auf das System, mit dem etwa auch Fernseher verpackt sind. Man zieht diese Plastiksperren heraus, vier Stück an der Zahl und kann dann den Karton quasi wie eine Haube einfach nach oben abziehen. Ja und darunter, da versteckt sich eine weitere Besonderheit, die ich so noch bei keinem E-Scooter gesehen habe. Und damit meine ich nicht die Plastikfolie, die das Ganze hier einhüllt und die wir jetzt natürlich auch noch schnell loswerden müssen. Nein, ich meine diesen schwarzen, grauen EPE-Schaum, so nennt sich das Ganze. Und damit ist der E-Scooter komplett verkleidet. Ihr seht das? In den exakt ausgeschnittenen Aussparungen sitzen hier alle Teile bombenfest. Da kann während des Transports nichts verwackeln, nichts verrutschen. Und gerade schwere E-Scooter neigen doch dazu, auch schon auf dem Transportweg den ein oder anderen Kratzer abzubekommen. Nicht so bei Hilde. Wir haben dadurch natürlich eine wahnsinnige Menge an Verpackungsmaterial, aber laut Wikipedia ist dies zumindest voll recycelbar. Und bevor wir uns gleich an den Aufbau machen, werfen wir wie immer einen kurzen Blick auf den Lieferumfang. Mit dabei natürlich eine vollfarbige, deutschsprachige Bedienungsanleitung, in unserem Fall hier noch als Farbkopie, in Zukunft natürlich als gedrucktes Heft. Als nächstes haben wir hier die Datenbestätigung. Die braucht ihr, um das E-Scooter-Kennzeichen zu erhalten. Wie das geht, seht ihr im oben verlinkten Video und unter dem Video ein Link zu einer günstigen Versicherung. Dann sowas wie eine Garantiekarte, die wir auch schon von anderen Trittbrett E-Scootern kennen. Als nächstes haben wir hier den von Trittbrett bekannten Ninja-Stern oder auch das Multitool zur Montage und natürlich die ebenfalls hierzu benötigten Kleinteile. Ja und in dieser Wundertüte, da wartet tatsächlich eine kleine Überraschung, nämlich diese drei Patches, die ich da jetzt gar nicht erwartet hatte. Ja und wofür wir die brauchen, das gucken wir uns dann im weiteren Verlauf des Videos nochmal genauer an. Der übrige Lieferumfang, ja der ist so quasi als Standard zu bezeichnen. Wir haben hier zum einen eine Ventilverlängerung, die das Auffüllende Luftreifen ein wenig vereinfachen soll. Ja dann haben wir hier so drei Nupsis, ja die sind dann vielleicht doch nicht so gewöhnlich. Auch da müssen wir mal schauen, wofür wir die eigentlich brauchen. Und zu guter Letzt, und das bringen eigentlich alle E-Scooter mit, das sind Schrauben zur Montage, die hier auch ab Werk mit Schraubenkleber versehen wurden. Und darüber hinaus haben wir hier noch drei klassische Schlüssel, sowie drei NFC-Schlüssel. Auch zu denen kommen wir dann im weiteren Verlauf des Videos noch einmal zurück. Werkzeug und Schrauben zusammen, ich würde sagen, es ist Zeit für die Montage. Zur Montage nehmen wir jetzt hier ganz vorsichtig einmal den Lenkerkopf aus der Verpackung, achten darauf, dass uns das Ganze nicht dabei runterfällt. Am besten eine Hand immer am Lenkerkopf lassen, dann hier so ein bisschen mühselig den ganzen Schaum einfach mal loswerden, entfernen. Und dann haben wir auch genug Platz, um uns mit der Montage zu beschäftigen. Bei vielen E-Scootern ist es notwendig, zwischen Lenker und Lenkerkopf und Gehäuse Kabelverbindungen herzustellen. Das ist bei unserer Hilde hier nicht so. Ab Werk sind hier die Kabel schon alle sicher mit Steckern verbunden. Und so können wir dann die Stecker samt Kabel vorsichtig ins Lenkerrohr einführen. Und dann, wenn das erledigt ist, ja quasi den Lenkerkopf nachschieben. Ja, das ist immer so ein bisschen fummelig und gerade wenn man dann noch aufs Bild achten muss, dann ist es extra nervig. Aber ihr seht, das ist im Grunde kein Problem, da ist ausreichend Platz im Lenkerrohr. Ja, und wenn das erledigt ist, dann können wir jetzt auch in dieser Position eigentlich schon ganz bequem die drei Senkkopfschrauben eindrehen. Das Werkzeug, der Innensechskant ist mitgeliefert. Und ja, oben an der Lampe ist nicht viel Platz, aber in dieser Position lässt sich das ganz bequem hier auch mit dem mitgelieferten Werkzeug eindrehen. Ja, das Ganze wie gesagt dreimal und dann sind wir auf dieser Seite des Lenkers auch schon fertig. Um auf der anderen Seite weiterzumachen, klappen wir die Hilde kurz auf, werfen dabei einen Blick auf den Klappmechanismus. Der ist wirklich massiv, vermittelt ein sicheres Gefühl in der Bedienung, aber durchaus etwas fummelig, denn man muss dafür sorgen, dass dieser Haken unten greift, einrastet und dann lässt sich das Ganze auf Spannung bringen. Der Lenker kann dann zum Tragen des E-Scooters hier auf dem Trittbrett eingehängt werden. Schön ist, dass dieser Mechanismus immer sicher geschlossen bleibt, auch wenn mal kein Zug auf dem Lenkerrohr sein sollte. Beim Setzen der nächsten Schrauben bitte gut aufpassen, ihr seht, die unterscheiden sich. Die eine Schraube mit Kopf ist wichtig für die Funktion des Klappmechanismus und gehört direkt oben in das erste Loch. Und darunter setzt ihr bitte die zwei anderen Schrauben mit Senkkopf. Und damit ist der Aufbau von Hilde auch schon erledigt. Bevor es gleich ans Eingemachte geht und wir uns sämtliche technische Daten, Features am Fahrzeug ansehen wollen, werfen wir aber noch einen kurzen Blick auf Design und Verarbeitung. Der untere Teil der Verpackung, der uns als Montageständer gedient hat, muss jetzt natürlich weichen. Und was hier im Film im Bruchteil einer Sekunde erledigt war, ist in der Realität ein klein wenig anstrengender gewesen. Macht es am besten zu zweit, dann geht es schneller von der Hand. Und wenn es erledigt ist, werdet ihr mit dem ersten Blick auf die wilde Hilde belohnt. Unter dem Video findet ihr übrigens wie immer den Link zum Fahrzeug, Gutscheincodes und das passende Zubehör. Ja und designtechnisch, da macht Hilde wirklich was her. Die Lochung hier im Rahmen erinnert fast so ein bisschen an das Viva-Logo, wer das noch kennt. Die Formsprache findet sich dann hier auch im dickgummierten Trittbrett wieder. Schweißnähte ordentlich verarbeitet. Alles wirkt wie aus einem Guss und anders als angegeben, liegt die Zuladung sogar bei stolzen 180 Kilogramm. Und selbst Stellen außerhalb des Sichtbereichs tiptop verarbeitet. Die Hutmutter schwarz gefärbt, keine Plastikkappe, die man mal eben schnell verliert. Wirklich tiptop. Viel Liebe zum Detail und auch die Verarbeitungsqualität. Die Haptik der Schutzbleche zum Beispiel macht hier einen wertigen Eindruck. Passt zum sehr schönen, ordentlichen Design. Auch das Kabelmanagement ist als ordentlich zu bezeichnen. Alles gut gesichert. Ja, die Kabel, die sind bei der Hilde sichtbar. Sowohl hier oben im Lenker- bzw. Cockpit-Bereich. Aber auch wenn wir uns jetzt hier mal weiter unten am Fahrzeug umschauen, verlaufen die Kabel hier die Bremszuleitungen sichtbar, sind aber auch hier gut gemanagt und verschwinden sofern möglich auch im Inneren des Rahmens. Dort sieht man sie teilweise auch, was aber aus meiner Sicht hier gut zu dem etwas raueren Design passt. Inwieweit sich hier aber auch Dreck und Schmutz sammelt, das muss die Praxis in Zukunft zeigen. Die Gummierung des Trittbretts läuft an drei Stellen hier so über den Rand hinaus. Der vordere Teil des E-Scooters ist aus Plastik. Auch diese Art Kühlrippenstruktur. Von unten keine bösen Überraschungen. Das ist auch gut so, denn wir haben hier eine hohe IP-Schutzklasse von 66 bzw. 67 beim Motor. Mit der Hilde könnt ihr euch also so richtig voll sauen und anschließend ganz einfach wieder sauber machen. Was das Ding soll, das klären wir gleich. Der Ständer wirkt dem Fahrzeug angemessen dimensioniert, ist aus Metall mit Rückzugsfeder. Da gibt es hier auf den ersten Blick erstmal nichts zu meckern. Und auch die verschraubbare Abdeckung der Ladebuchse sorgt für einen guten Wasserschutz bei Offroadbetrieb. Die Ladebuchse ist das richtige Stichwort, denn jetzt wird es technisch. Wir werfen einen Blick auf sämtliche technischen Daten und schauen uns das Ganze direkt am Fahrzeug zusammen an. Hilde gibt es in zwei Varianten, die sich in Akkugröße, Gewicht und Ladegeschwindigkeit unterscheiden. Wir haben hier die 16 Ampere Stunden Variante bei 48 Volt mit einem 10 Ampere Schnelllader. Da ist der Akku in 110 Minuten wieder voll, ansonsten ladet ihr mit guten 3 Ampere und landet bei 300 bis 360 Minuten. Nicht verschweigen möchte ich euch, dass das schnelle Aufladen durchaus zu einer gewissen Geräuschentwicklung führt. Beim fetten Ladestecker mit Verriegelung kommt aber hier fast so ein wenig das Tesla-Gefühl in mir auf. Deutlich weniger Enthusiasmus stellt sich hier beim Thema Wechselakku ein. Ihr habt es auf dem Karton gesehen, wir haben hier ein Wechselakkusystem, das aber nur dann funktioniert, wenn der E-Scooter auf der Seite liegt. Das Aufschließen und Entriegeln des Akkus, das geht noch relativ bequem hier über das Trittbrett. Und dann müsst ihr das Fahrzeug aber spätestens auf die Seite legen und den Unterboden, die Akkuklappe hier so aufziehen. Der Akku selbst, der sitzt dann dank guter Dichtung auch relativ fest im Gehäuse. Auch da braucht man eine gewisse Kraft, aber ist der entstehende Unterdruck erstmal überwunden, liegt das Akkupaket dann auch vor uns. Darin stecken 42 Markenzellen von Samsung, der Sorte INR21740T. Kennern wird das sicherlich sagen, dass diese besonders langlebig hochstromfest sind und sich ideal eben auch für elektrische Fahrzeuge eignen. Der Akku kann natürlich auch entnommen geladen werden. USB-Anschlüsse, die gibt es nicht, er lässt sich also nicht als Powerbank verwenden. Das Akkugehäuse am Fahrzeug, ja, und auch der Schließmechanismus, all das wirkt hier solide und gut verarbeitet. Das Teil von eben ist übrigens eine Sicherung, die verhindert, dass der Akku bei stehendem Fahrzeug herausrutschen kann. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass wir hier ein Wechselakkusystem haben und das aus zwei Gründen. Zum einen können wir durch Zusatzakkus unsere Reichweite erhöhen und zum anderen ist das Fahrzeug natürlich sehr schwer. Und so müssen wir nicht das ganze Fahrzeug zur Steckdose tragen, sondern können den Akku entnehmen und dann entsprechend bequem aufladen. Auf der anderen Seite ist die Art und Weise des Akkuwechsels über den Unterboden aber so umständlich, dass ich nicht weiß, ob ich das im Alltag regelmäßig machen möchte. Da bei allen Elektrofahrzeugen der Akku ein Verschleißteil darstellt, ist es aber beruhigend zu wissen, dass man im Zweifel leicht tauschen kann. Die mysteriösen Aufkleber vom Anfang, die sollen den Lack des E-Scooters beim auf die Seite legen schützen. Ja, die Lösung wirkt etwas improvisiert. Den 500 Watt Hinterradmotor von Bosch kennen wir so auch schon vom Trittbrett Paul, war vor zwei Jahren einer der stärksten Motoren am Markt, liefert bis zu 1300 Watt Peakleistung und soll 30% Steigfähigkeit bringen. Ja, das schauen wir uns natürlich schon ganz bald im Praxistest an. Und damit ihr den nicht verpasst, lasst jetzt ein Abo da, läutet die Glocke und dann werdet ihr automatisch informiert, sobald unser Test online geht. Auf 22 kmh beschleunigt wird ganz Motorrad-like mit einem Gasdrehgriff. Unterwegs sind wir auf großen 11 Zoll Tubeless-Reifen von CST. Tubeless bedeutet Luftgefüllt, aber eben ohne Schlauch und dadurch besonders pannensicher. Das Profil, ja das ist heftig, wir haben ja eine Stollenbereifung, auch ordentlich breit, die dann in Verbindung mit einer mächtigen Federgabel und einem Dämpfungselement am Hinterrad für den nötigen Fahrkomfort sorgen soll. Der Federweg bei der Federgabel, der ist gewaltig, das fällt optisch natürlich auf und funktioniert hier in der Trockenübung auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr vielversprechend. Beide Fehlerelemente könnten übrigens auf das Fahrergewicht individuell eingestellt werden. Schön ist, dass die Hinterradfederung sich konstruktionsbedingt nicht großartig vollsauen kann. In Sachen Bremsen setzt man hier sicherlich auf den wirkungsvollsten Bremsentyp, nämlich hydraulische Scheibenbremsen, in diesem Fall vom Hersteller Zoom. Der Scheibendurchmesser liegt bei 160 Millimetern. Dazu kommt eine rekuperierende Motorbremse, die dank verbauter Hobbywing-Technik zudem gut dosierbar sein sollte. Erfreulich, das helle LED-Rücklicht kommt mit Bremslichtfunktion und noch besser, die Lenkerendenblinker sind richtig hell, strahlen nach vorne und hinten und werden durch ein weiteres Blinkerpaar hinten am Kotflügel ergänzt. Gut gefällt auch die inzwischen übliche, flexible Lagerung der hinteren Blinker, sodass man diese beim Abstellen nicht so leicht beschädigen kann. Gar nicht gut hingegen gefallen mir hier die Bedienelemente für die Blinkeranlage, sie sind recht klein und man muss beim Blinken schon genau hinschauen. Das Design des Lenkerbereichs mit dem großen Windschild, in den auch die Beleuchtung integriert wurde, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Auch wenn es windtechnisch bei 22 kmh sicherlich nicht so eine große Bedeutung hat, fällt man damit auf jeden Fall auf. Auch der geschwungene Lenker und das auffällig geformte Display, das ist durchaus hier eine ganz eigene Designsprache, die Trittbrett hier verfolgt. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt auch mal direkt einen Blick hier auf das Display. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Klar, das Fahrzeug muss natürlich erst eingeschaltet werden. Das passiert über den Power-Taster, mit dem übrigens auch die Fahrstufe gewechselt werden kann. Danach erfolgt zwingend die Freischaltung per NFC-Zündschlüssel. Ansonsten ist die Wegfahrsperre standardmäßig aktiv. Das Display ist sehr auskunftsfreudig. Wir sehen Geschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrstufe, Akkustand in fünf Balken. Ein kurzer Druck aktiviert das 50-Lux-Frontlicht. Ein weiterer kurzer Druck die Lichthupe. Und haltet ihr wieder länger gedrückt, wird das 50-Lux-Fernlicht zugeschaltet, sodass wir hier bei 100 Lux landen. Im Display wird freilich auch die gewählte Blinkrichtung angezeigt. Das Ganze hier auch in so einem ganz neckischen Design. Da sehen wir wieder das Thema Dreieck. Das zieht sich also auch durch das Display. Ja, und ansonsten lässt sich über die Power-Taste, wie schon gesagt, die Fahrstufe wechseln. Oder aber, wenn ihr doppelt klickt, weitere Informationen wie die Gesamtkilometer, die Fahrzeit oder eben wieder die Tageskilometer. Ja, zudem wird die Leistungsabgabe hier ganz neckisch angezeigt. Und ich vermute, dass selbiges auch für die Rekuperation gelten sollte. Die zugehörige Bluetooth-App war zum Zeitpunkt dieses Videos leider noch nicht fertig. Zurück im Studio ist es jetzt Zeit für ein kurzes Fazit. Im Gegensatz zu den meisten anderen E-Scootern auf dem Markt ist die Wilde Hilde eine komplette Eigenentwicklung des deutschen Herstellers. Ziel war es, ein vollgefedertes Offroad-Fahrzeug im Premium-Segment zu bauen. Und das ist aus unserer Sicht auch gelungen. Die Verarbeitung von Hilde ist auf höchstem Niveau und einen ähnlichen oder vergleichbaren Fertigungsstandard, den haben wir hier tatsächlich nur bei ganz wenigen Herstellern bisher gesehen. Auch in Sachen Design, da geht Trittbrett hier ganz eigene Wege. Ich würde es durchaus als markant, modern und auffällig bezeichnen. Entweder man mag dieses Design oder halt nicht. Uns gefällt es, aber ich glaube dazwischen ist wenig Platz für andere Meinungen. Aber schreibt ihr doch jetzt gerne mal in die Kommentare, wie euch die Optik von Hilde gefällt. Ich bin da tatsächlich richtig neugierig. Aber auch der Preis von Hilde, der fällt klar ins Premium-Segment. 1.999 Euro und die muss man natürlich erstmal übrig haben. Ansonsten, ihr erinnert euch, in der Trittbrett-Familie gibt es natürlich auch günstigere Modelle. Die haben wir auch alle für euch getestet und deshalb packe ich euch die Links einfach mal jetzt unter dieses Video. Wie wir aber auch gesehen haben, bekommen wir für unser Geld viele Features geboten. Von den vollhydraulischen Bremsen bis hin zum Akkuwechselsystem mit Schnellladefunktion. Der Akkuwechsel über den Unterboden konnte uns allerdings nicht so wirklich überzeugen, ist umständlich. Und so werden wir zumindest im Alltag wohl häufiger die klassische Ladebuchse nutzen. Komfortabel war die Hilde, schick und nobel verarbeitet ebenfalls. Aber wie wild sie sein kann, das muss sie erst noch in unserem Praxistest beweisen. Richtig gespannt sind wir natürlich auf die Offroad- und Steigfähigkeiten in den Hannoverischen Alpen. Und damit ihr das nicht verpasst, lasst jetzt ein Abo da, läutet die Glocke und dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald unser Testvideo online geht. In diesem Sinne, danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch eine gute Zeit und dann sehen wir uns schon ganz bald zu einem neuen Video hier bei Hentag. Ciao! Ihr wollt euren neuen E-Scooter versichern? Dann habe ich hier das passende Video für euch. Ja und ansonsten noch ganz ganz viele andere E-Scooter-Tests. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.